Welch eine Erleichterung war schon die Einführung der Funkzentralverriegelung. Die neue Volkswagen-Technik Kessi erspart jetzt auch noch den Knopfdruck. Öffnen durch Berührung. Eine Entwicklung, an der Nils Hoppe maßgeblich beteiligt ist. Der Schlüssel muss sich etwa anderthalb Meter im Umkreis der Türgriffe befinden. Nur dann kann man durch reingreifend in den Türgriff das Fahrzeug entriegeln, öffnen. Oder durch Betätigung des Verriegnungstasters das Fahrzeug verriegeln. Wenn der Schlüssel etwas weiter weg ist, dann entriegelt das Fahrzeug nicht. Das funktioniert überall. Auch an der Heckklappe sind Sensoren verbaut. Durch einfaches Betätigen des Softtouches öffnet sich die Heckklappe. Wenn ich im Fahrzeug sitze, kann ich den Schlüssel irgendwo im Fahrzeug ablegen. In der Hosentasche oder im Getränkehalter oder vorne in der Ablage. Und durch einfaches Betätigen des Zünd-Anlass-Tasters den Motor starten. Den Schlüssel in die Hand zu nehmen wird so überflüssig. Und trotzdem ist das Fahrzeug sicher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017